Dann schauen wir mal, was hier passiert. . 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 Oh, Mensch! Kommt, ne an, Pa! Kommt, ne an, Pa! Jawoll, geil! Welch übel! Man, da guckt der Archiva zusammen, 328, wie schlecht erspricht. So, dann gibt es mal hier 12 Freispiele, 2 Uhr Einsatz und dann geht's los. So! So! Okay. weiter zu nummer drei ok 74 und 20 action games die gar nicht gesehen netto es wird besser er zahlt aus das zündet geil guck an guck an heftig 60 action games mega er übernimmt die führung und jetzt schneller heftig es klingelt schon wieder oder nicht so da gibt es nochmal action games 80 gut das ding scheint kaputt zu sein ja geil oh und 80 Action Games. Na, da können wir aber nicht meckern doch. Mein lieber Hellsang 2. Heftig. Richtig schick. Und einer 7. Nochmal. Er füllt sich. 35 Minuten bleiben noch stehen. Häuschen. Geil, das war doch gut. So, dann wollen wir auch mal heute hier eine Runde drehen. Mal gucken, ob es was gibt. Geil, das war doch gut. 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 Geil, das war gut. Geil, das war gut. Geil, das war gut. Geil, das war gut. Untertitelung. BR 2018 Noch ein Hüpf-Fahrer. Ach, da ist schon weniger drin. So, dann gibt es einmal einen Spielwechsel. Und wir drehen mal hier ein Röntgen. Schauen, ob wir hier mal hinkriegen. Kein Tonus. Und wir drehen mal hier ein Röntgen. Und wir drehen mal hier ein Röntgen. Und wir drehen mal hier ein Röntgen. Und wir drehen mal hier eine Röntgen. Und wir drehen mal her. Ja, na warten wir weiter. Gut, das war dann wohl einmal nichts. Und heute gibt es mal wieder eine Runde El Torero. Ah, nur drei heute. Torero! Na ja, das jabs schon mal besser. Und heute drehen wir nochmal hier runter. Los geht's! Oh, da ist er nicht. Oh, da ist er nicht. Ja u gefällt. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ahaha Sunny spins und das mal los oh, franzig komm, legt nach ah, schade vier und siebzig ah, nix weiter komm, nix mehr spielwechsel und wir drehen noch eine Runde mal gucken wir sind scharf auf Power Spins oh, komm, welcher vier Stück ja, ja, ja wow, aminos ist scharf okay einmal nix schade schade so, dann gibt es hier mal 15 Freispiele 2 Euro Einsatz Kongstempel eine mal sechs schade w Und dann gibt es noch die Nummer 15. Jo, ja, nicht mal so übel. So, dann gibt es mal hier 15 Spiele. So, dann gibt es noch die Nummer 15. So, dann drehen wir nun mal jede Runde. Okay, dann kriegen wir wohl nicht mehr vor hier. Ganz schön spät. Kann hier mal klappen. Es bleibt bei 8 Euro. So, dann gibt es mal jede Runde Freispiele. Jetzt war ja auch ein Satz. So, dann geht es mal. So, dann geht es mal. So, dann geht es mal. und sie mobst wieder ein zweck vor drei spiel nummer elf oh nummer zwei immer einen klauen hier lump und heute möchten wir doch mal wieder hier eine runde drehen jokers cap machen wir einen euro und hier machen wir mal 20 oder 50 ach komm ich mach mal 50 was soll der geilste weg sind sie und leider nicht so Oh, nun bastel doch mal ein paar Kappen zusammen hier. Ja, wohl. Aha. Zwölf, zwanzig, es ist ja ohne der Bödinger. Los nächster. Ja. Ja, knapp dann hier. Ja, knapp dann hier. Passt ja ganz schön selten zusammen hier. Leider kannst du aber total vergessen. Ja. 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 Ja.